Der Krabbeweis Werner und das ewig Leben Eine wahre Geschichte Werner Krabbeweis schaute prüfend auf die Heckscheibe des Autos, die er gerade mit dem Kopf voran durchschlagen hatte, und nickte zufrieden. Sauber zerschmettert hatte er sie, das war das Mindeste. Das Rennrad lag auf der Straße, erstaunlich unbeschädigt. Dabei war er doch bergab mit mindestens 50 kmh auf das Auto geprallt, das nach der Kurve plötzlich auf der Straße herumgestanden war. Werner bemerkte, daß er gar keinen Drang spürte, sein kostbares Rennrad aufzuheben, um nachzusehen, welchen Schaden es genommen hatte. Das wunderte ihn kurz, erstaunlich kurz. Auch ansonsten fühlte er sich seltsam unbeteiligt. Immerhin lag da neben dem Auto sein lebloser Körper, und jemand leistete bereits erste Hilfe. Werner überlegte kurz, ob er dem Mann sagen sollte, daß die Mühe umsonst sein würde. Er wird dich nicht hören, dröhnte es hinter Werner und er grinste, ohne sich umzudrehen. Du schon wieder? Ja, antwortete Tod. Zum neunten und letzten Mal. Werner nickte. Das hab ich mir schon gedacht. Sag einmal, diesmal hat es mir aber sauber darbröselt. Er schaute zu seinem Körper hinunter. Dabei schau ich doch nur ganz gut aus. Von außen betrachtet mag das zutreffen. Es war nicht der Halswirbel, den er beim Aufprall mindestens genauso pulverisiert hatte wie die Heckscheibe. Seine steinharte Rückenmuskulatur hielt alles zusammen. Nein, wäre es nur das gewesen, dann würde er jetzt nicht hier neben sich stehen, sondern da drinnen in seinem 75-jährigen Leistungssportlerleib alles dafür tun, noch ein paar Jahre weiterradeln zu können. Schließlich hatte Werner Krapweis immer schon diesen unbezwingbaren Willen gehabt, dem er viel verdankte. Unzählige Siege in unzähligen Radrennen, unzählige Genesungen von unzähligen Verletzungen und darunter eben auch Achtsprünge von der Sense des Buandokramers, wie man den Gevattertod in Bayern fast liebevoll nennt. Nein, es waren andere Dinge, die in seinem Körper so unwiederbringlich beschädigt waren, dass das Weiterleben nicht nur erschwert, sondern eben auch völlig unmöglich war. In dem Moment setzte er auch das Herz aus, und der Mann am Boden begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. »Mei, du, mir leid«, murmelte Werner, »der macht es so gut und äußere mir sonst.« »Es ist nicht umsonst, es ist auch für ihn«, antwortete Tod. »Ihr Menschen braucht das Gefühl, alles getan zu haben.« Das konnte Werner nur bestätigen. Er selbst war das beste Beispiel dafür. Egal, wie aussichtslos die Lage gewesen war, er hatte immer das Unmögliche versucht, und er war damit auch jedes Mal durchgekommen. Viele Menschen hat er damit seit seines Lebens immer und immer wieder beeindruckt, so oft, dass es innerhalb der Familie schon fast zu einer Art Gewöhnungseffekt geführt hatte. »Mei, die Armen«, dachte Werner dabei sich, und nahezu gleichzeitig entstand in ihm ein Plan. Da straffte sich Gefattertod neben ihm, breitete die Knochenarme aus und sprach, »Nun denn, Werner Andreas Krabbeiß, achtmal blicktest du bereits in die Unendlichkeit, jedes Mal nur für kurze Zeit, jedes Mal zog ich letztlich ohne dich von dannen, jedes Mal.« »Jeds moi hob die ausgeschmiert«, grinste der Werner. Tod tat, als hätte er das nicht gehört. »Doch nun«, er reckte seine Sense in den Himmel, ein Blitz erhellte die Wolken und hinter ihm wierte das Ross an dem klapprigen Wagen, genau im richtigen Moment. Auch das kannte Werner Krabbeiß schon, aber er konnte die perfekte Inszenierung durchaus genießen. »Nun ist die Zeit gekommen, dass du aus freien Stücken mit mir kommst, und wir«, da hob die Seele im Renntrikot neben ihm die Hand. »Äh, once no«, Tod hielt inne, und ein leises Knirschen quetschte sich aus seinen malenden Backenzähnen. »Was in des Teufels Großmutter Namen und ihrer drei Haare ist es diesmal? Es ist vorbei! Dein Ende ist gekommen!« polterte er los und deutete dann Ausladen mit der Sense auf Werners leblosen Körper. »Diesmal entkommst du mir nicht! Du bist tot! Du hast aufgehört zu sein! Dies ist ein Ex-Werner!« Der Angesprochene setzte seinen freundlichen Dackelblick auf. »Mei, oh mei, Pantl, jetzt reg dich doch nicht auf! Ich komm ja mit!« »Was?« »Dass ich mitkomm, sag ich!« »Aber sagtest du nicht eben!« »Ja, aber heut nicht gleich!« »Weißt, weil ich hab mir gedacht, ob ich vielleicht meine Leute, ob ich denen nicht irgendwie...« »Nein!« »Sagen könnt, dass das alles nicht so schlimm ist, weil...« »Kein Kontakt mit den Lebenden! Es ist aufgesetzt!« »Jetzt, warte heut einmal und lass mich ausreden!« schimpfte der Werner da grantig dazwischen. »So viel Zeit, wenn wir noch haben dürfen, wenn sie Notendlichkeit geht oder nicht!« Tod öffnete die Kiefer und schloss sie wieder, denn darüber musste er kurz nachdenken. Werner nützte die Pause. »Mei, schau her, Pantl, ich will doch nur, dass alle wissen, dass die Sache nicht nur nicht so schlimm, sondern sogar ganz wunderbar ist!« Tod sah ihn verwundert an und der Werner deutete auf das Rennrad auf dem Boden. »Schau, ich hab immer gesagt, wenn ich einmal stirb, dann soll es mich bitte schön vom Radl runterhauen! Batsch! Aus!« Und was ist gerade passiert? Genau das! Auf dem Radl, am Berg runter, Tschumm und Kurven rum, direkt durch die Scheiben! Batsch! Aus! Genauso wie ich das wollte und wie ich das immer gesagt habe! Besser geht's doch gar nicht! Verstehst?« Tod antwortete nicht und Werner seufzte. »Schau, schau, ich will doch nur, dass meine Leute wissen, dass ich ganz und gar zufrieden auf deinen Karren aufsteige!« »Also, wenn das irgendwie möglich wäre, ist es nicht, dann mach ich diesmal auch überhaupt gar kein Theater! Ich ganz brav setze mit hinauf und mir rüsseln hinauf ins Firmament!« Der Sensenmann ließ die letzten acht Treffen mit Werner Krapweiß kurz vor seinem geistigen Auge Revue passieren und ihm war anzusehen, dass er abwog, was ihn mehr Nerven kosten würde, weiter zu diskutieren mit dem starrsinnigsten Lebewesen neben Todseigner Tochter oder die Regeln ein wenig zu beugen. »Nun, Werner Andreas Krapweiß, wenn du tatsächlich schwörst, freiwillig meinen Karren zu besteigen!« »Wenn du meiner Familie sagst, dass alles gut ist und mit meinem Land, ja, das schwöre ich!« »Bitte wie?« »Ich habe geschwört, so wie du es gesagt hast!« »Das davor!« »Was meinst du jetzt?« »Du hast etwas genuschelt vor dem Schwur! Sprich die Wahrheit, ich vertrete die himmlischen Heerscharen, Erdenwurm!« Werner Krapweiß schaute ganz unschuldig rein. »Jetzt reg dich heute nicht gleich wieder so auf! Ich habe geschworen, dass ich mitkomme, wenn du meine Leute beruhigst!« Er deutete ein wenig linkisch mit dem Zeigefinger hinter sich, wo sein Rennrad immer noch lag. »Was? Das Fahrrad bleibt hier!« rief Tod so dann an, wie er es nur vermachte. »Und dies ist das unmittelbare Ende der Diskussion!« »Ach so, Bittchen, was soll das für ein langweiliges Paradies sein, wenn du da oben nicht einmal raden kannst!« schimpfte der Werner in tiefstem Münchnerisch los. »Wenn das so ist, noch bleibe ich lieber da, dass du dir auskennst!« »Dazu ist es zu spät!« schmetterte Tod so laut, dass die Blätter der umstehenden Bäume raschelten. »Du wirst nicht in deinen Körper zurückkommen, Werner Andreas Krapweiß! Du wärst dazu gezwungen, diesen Ort in Geistergestalt auf immer und ewig heimzusuchen und könntest sie niemals mehr verlassen!« »Das weiß ich schon,« antwortete der, und seine Augen blitzten listig. »Aber du auch nicht!« »Woher weißt du?« Werner nickte unschuldig. »Na ja, mein, dein Sprücherl habe ich ja schon ein paar Mal anhört.« »Aber aus freien Stücken, heißt freiwillig. Und ohne mein Radl gehe ich freiwillig? Allerhöchstens von da«, er zeigte vor sich auf den Boden, »dann mit der anderen Hand auf einen zweiten Punkt, der etwa 20 Zentimeter weit weg war, bis da.« »Ich habe jetzt aber schon geschworen, dass ich mitkomme, und drum musst du mich mitnehmen.« »Also, wenn ich dann halt aufsteige auf dein Karren.« »Irgendwann«, Tod schwieg. Werner Krabbeiß hielt der Stille stand. Schließlich seufzte der Sensenmann und versicherte sich mit einem Blick über die Schulter, dass das Ross am Wagen gerade nicht zuhörte. Dann hob er einen Arm, um durch die weiten Ärmel der schwarzen Kutte noch etwas mehr Vertraulichkeit herzustellen und beugte sich zum linken Ohr des passionierten Rennradfahrers hinunter. »Nun gut, ich gewähre dir die Gepäckmitnahme wegen außergewöhnlicher Kooperation.« dröhnte er in Werners Gehörgang und ließ dabei das wesentliche Detail eines Flüstervorgangs unbeachtet. »Mein Pfundigbordel, da, du bist der Schau«, rief Werner, griff sofort mit seiner Geisterhand nach unten und hob eine entsprechend schemenhafte Version des Rennrades auf. Stolz präsentierte Werner Krabbeiß dem Bordelkramer sein edles Velozipid. »Schau, nix kaputt, äuß den Schuß!« »Natürlich ist es das, stöhnte Tod. Der Geist dieses Objekts ist ebenso wie der deine ohne irdische Schaden. Wenn du jetzt bitte dein Rad auf die Pritsche heben mögest, ich habe noch andere Termine.« »Moch mal«, antwortete Werner und schob das Rennrad hinüber zu dem schwarzen Karn. Dort drehte er sich um zu Tod und schaute ihn erwartungsvoll an. Der schaute zurück. Ein langer Moment des Schweigens folgte. Werner gewann. »Warum lädst du nicht auf, Werner Andreas Krabbeiß?« »Du darfst mich gern Werni nennen. Jetzt können wir uns ja auch schon so lang.« »Das ist keine Antwort auf meine Frage.« »Ja, weil ich immer noch auf deinen Vorschlag wart, Pornschuld. Wie bekommen meine Leute Bescheid?« Es tönte hohl, als sich der Sensenmann mit der flachen Knochenhand auf den toten Schädel schlug und sie dann betont langsam herunterzog. Hätte er Lippen gehabt, hätten diese dabei leise »Level« gemacht. So klapperte es nur leise, als die knöchernen Finger über die bleichen Zähne glitten. »Nun gut, warte hier. Ich bin gleich zurück.« Ein Schatten trat durch das Fenster der Dachgeschosswohnung und blickte in das Hochbett. Dieses kleine Mädchen war nicht der Mensch, den er suchte. Schon dieses kurze Mustern durch den Tod persönlich würde dafür sorgen, dass das Mädchen am nächsten Morgen von einem seltsamen Traum erzählen würde, in dem der Opa Werni leider nicht mehr sprechen konnte und wir eine Medizin für ihn suchen mußten, aber es gab leider keine. Ein Zimmer weiter fand Tod, wen er gesucht hatte. Er streckte die knöcherne Hand aus und blies einen eiskalten Hauch durch seine bleichen Zähne. Der Luftstrom erreichte die Stirn des Mannes und verschwand darin, bevor der sich fröstelnd zur Seite gedreht hatte. Zufrieden verließ Tod die Wohnung direkt durch das Dach und kehrte im Schutz der tiefen Wolkendecke zurück zu der Seele, die inzwischen das Rennrad sorgsam auf Todskarren verladen und mit einer Wolldecke zugedeckt hatte. »Es ist vollbracht!« »Ehrlich!«, fragte Werner begeistert. »Jetzt bin ich mal gespannt, wie es das hierbracht hast. Verzeih!« »Ich wählte den Sohn, der die Geschichten schreibt,« antwortete Tod, »und hauchte ihm ein Bild direkt in die Seele.« »Aha, und das klang, meinst?« »Er wird in wenigen Stunden im Krankenhaus der gesamten Familie berichten, dass er davon träumte, wie der Vater mit dem Tod wegen seines Fahrrads diskutierte und gewann.« »Ihr bricht's an! Das ist pfundig!« »Lachte Werner Krapfweiß, amai super!« »Ich bezweifle stark, dass er sie auch ansonsten für sich behalten wird, aber dies scheint ja zwischen euch so eine Art Familientradition zu sein.« Da grinste Werner Krapfweiß über beide Ohren und noch ein bisschen weiter. »Ja, du hast recht. Na, du hast wieder was zum Erzählen. Boandl, das hast gut gemacht!« Er klopfte Tod freundschaftlich auf den Rücken, dass es im Brustbein leise knackte und schwang sich dann auf den Kutschbock. »Häuser, packma's!« »Seelenfahren hinten!« rief Tod entnervt und deutete auf die Ladefläche seines Karrens. Doch da fiel sein Blick auf das zugedeckte Rennrad und er seufzte. »Ich verstehe,« grummelte er und erklomm dann ebenfalls den Bock. »Allerdings muss ich drauf bestehen, dass du mir die Zügel aushändigst!« »Mei, Boandl, ich bin so ein schlechter Beifahrer,« begann der Werner und setzte wieder seinen Dackelblick auf. »Als Fahrer bin ich aber über 40 Jahre unfallfrei.« »Soll ich dir jetzt wirklich ausrechnen, wie lange ich bereits...« »Ih, Boandl, jetzt sei heut nicht das so! Schaukeh doch bissl auf mein Radl, ich hab leider keine Expander bei dir gefunden!« Gefattertod seufzte und hätte jetzt viel für Augenäpfel gegeben, die er hätte rollen können. Er unternahm einen letzten Versuch. »Du weißt doch gar nicht, wo es lang geht!« »Use klappt des, find dich rot noch!« antwortete der Werner und deutete mit betont ausdrucksloser Miene senkrecht nach oben. »Du bist dir also sicher, dass es bei dir nicht nach unten geht?« fragte Tod mit so viel Grabesstimmen Tambre, dass der Werner schmunzeln musste. »Weißt was? Wir fahren jetzt erst einmal rauf, dann werden wir der Petrus schon mitteilen, ob er anderer Meinung ist, oder?« »Das wird er fraglos,« antwortete der Tod staubtrocken. »Hau so!« lachte Werner krabweis und griff die Zügel fester. »Und wenn er meint, dass ich da um falsch bin, der Petrus, schau mal, noch rede ich heute ein bisserl mit dem. Das kriegen wir schon. Gar kein Problem.« »Ja!« Das Rost des Bondlkramers wierte freudig, und der hatte gerade noch Zeit genug, eine Knochenhand in die Holzbank zu versenken und mit der anderen das Vorderrad des Rennrads auf der Pritsche zu packen. Da schoss der Karren auch schon vorwärts. Werner zog beherzt an den Zügeln. Das Pferd schlug seine Hufe in lautloses, trittfestes Nichts, und sie schraubten sich in weiten und eleganten Bögen hinauf in die Wolken. »Wusst, was mir so richtig taugt?«, rief der Werner über den Fahrtwind zu seinem Beifahrer hinüber, »dass wir uns zwei keiner mehr bieseln muss und ich endlich einmal durchfahren kann.« Dann lachte er so laut und so ansteckend, dass Gefattertod fast mitgelacht hätte und ließ dann einen dermaßen himmelhoch jauchzenden Jodler los, dass Petrus allein schon deswegen gar keine Wahl haben würde, als ihn einzulassen ins Paradies. Mitsamt seinem Radl natürlich, sonst wär's ja keins. Und so dreht Werner Krapfweiß nun täglich seine Runden über die schönsten Berge und die wunderbarsten Täler im bayerischen Paradies. Ein paar von seinen alten Radl-Kollegen hat er schon wieder getroffen. Und natürlich wollten die dann auch alle ihre Räder haben. Es hat den Petrus ein paar Nerven und schließlich dem Tod ein paar Fuhren gekostet. Aber was tut man nicht alles für den Frieden im Himmelreich. Der Werner wird allerdings demnächst wieder beim Himmelspferdner vorsprechen, weil er hätte gerne mal wieder ein bisschen ein schlechtes Wetter und einen sauberen Gegenwind, gegen den man anradeln kann. Dann allerdings wird Werner Krapfweiß erst einmal ein bisschen warten, bis er den Petrus um die nächsten Gefallen anhaut. Aber der wird auch einsehen, dass diese Landschaft wie geschaffen ist für einen ausgedehnten Campingurlaub. Der Borndelkramer wird sagen, dass er wirklich keine Ahnung hat, wie ich jetzt auch noch einen VW-Bus hier hinauf schaffen soll. Aber darauf wird der Werner wahrscheinlich die richtige Antwort parat haben. Und sie wird lauten, das, das ist gar kein Problem. Das, das ist gar nicht so,